Jo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Notruf 1.2 Video. Hier seht ihr eine kleine Einsatzfahrt zu einem Containerbrand. Der Download-Link zur Demo ist online. Ich stelle den euch in die Videobeschreibung. Und Daumen hoch, wenn euch die Einsatzfahrt gefällt und das Video. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne machen für ganz coole Streams. Und natürlich Videos. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.